Yo Leute, willkommen zurück zu ARK. Ich bin ein wenig genervt gerade, weil ich immer noch nicht meine Sachen wiederhabe, die ich letztes Mal klugerweise an den Alpha-Raptor verloren habe. Ich hab mir jetzt dazu entschlossen, einfach hinzugehen, eine Bärenfalle aufzulegen und die dann, äh, oh, und den Raptor dann da reinrennen zu lassen. So. Das klingt voll klug. Äh, ich weiß nicht, wie klug das dann wirklich ist. So. Aber das Viech ist mir jetzt schon lange noch auf den Sack gegangen. Ich muss jetzt alles, was in meiner Macht steht, äh, versuchen, den zu kriegen. Also erstmal meine Sachen zurückzukriegen. So. Okay, das dürfte zu nah sein. Oh Gott, ich hab gedacht, jetzt kommt er. Ah, nee. Ah. Okay. Wo ist denn mein anderer Rucksack? Wo ist der blöde andere Rucksack? Hier müsste der irgendwo gewesen sein. Ich seh ihn, aber ums Verröcken gerade nicht. Da ist die Bärenfalle. Auf jeden Fall. Verfluchte Scheiße, ich brauch meinen Rucksack. Ich seh ihn nicht. Kollege Schiffstrumpf. Ich schieße auch noch daneben, ey. Alter, wenn ich den jetzt auch noch verliere. Ich hoffe, die sind nicht schon vergammelt, die Sachen. Aber eigentlich nicht. Ich glaube, ich hab immer eine halbe Stunde Zeit, meine Sachen zurückzuholen. Verfluchte Scheißviech, ey. Wo ist denn mein blöder Rucksack? Ist der da irgendwo? Ist das das da? Ich weiß nicht, was das ist. Doch, das ist meine Leiche. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ich wollte runterspringen. Das Viech geht mir langsam echt, echt hart auf die Nüsse. Was? Ach, nein. Oh, ich bleib nicht. Nee, die greifen nicht an. Ja, komm, kill mich. Ja. Komm. Ich hab auch noch ein zweites. Ja. Wow. Dauert ja mal gar nicht ewig. So, jetzt aber. Haut mich doch endlich weg. Wahrscheinlich wäre ich in der Zeit sogar hingeschwommen, ey. So. Oh, das wäre auch sinnvoller gewesen. Weil dadurch ist jetzt die, ähm, die, äh, Markierung weg. Ach, bin ich doof. So. Äh, wo ist eigentlich mein Flieger? Oh, das ist das Fenster, das auf ist. Jetzt haben wir uns nass. So, wo ist mein Fliegerchen? So, ey, du kannst nicht sauer auf mich sein. Ich hab' ich nicht gehauen. So. Okay. Schauen wir einfach mal, wie weit war kommen. Ach, komm, ist doch nicht dein Ernst. Stirb. Wegen dir kippe ich jetzt gleich um, ne? Oh, ja. Alles wird gut. Es ist nicht so, dass ich gerade schreien möchte. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist wirklich nicht mein Tag. So. Komm, steh auf. Dankeschön. So. Ich seh das schon, komm, ich renne jetzt in meine eigene Bärenfalle. Und der Wichser haut immer noch auf meine Leiche drauf rum. Was ein dummes Drecksviech das einfach ist. Dummes Scheißviech, ey. Ich seh ich jetzt gerade nicht, wo die Bärenfalle ist. Da ist sie. So. Aber scheinbar braucht die eine Weile, bis die halt aktiv ist. So. Die Taktik jetzt. Hier hin. Den runterfallen lassen. Meine Sachen holen. Erstmal weg hier. Verdammtes Drecksviech, ey. So. Erstmal wieder ausrüsten. Dicht da hin, dicht da hin. Und es ist mir scheißegal, ob dir zu warm ist oder nicht. Du brauchst auf jeden Fall jetzt erstmal das. Dann brauche ich den hier. Ist mir jetzt scheißegal. Weil schießen kann ich sowieso nicht auf das Drecksding. Und schmeiß ich es jetzt zu mit dummen Skins. Kein Schwein brauche. Dann guckt es euch an, ey. So ein scheiß Teil, ey. Viel zu viel jetzt, äh, an, an. Und Zeit dafür verschwendet. Hast du festgebackt? Du bist festgebackt. Ob da vier Schüsse reichen? Ey, ey, komm mal her. Komm, 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 komm. Ganz ehrlich. Du dummes Hurenkind. So, kipp um. Danke. Ich möchte echt im Moment einfach nur kotzen. Kann ich jetzt eigentlich? Ne, kann ich nicht. Also ich könnte jetzt nicht aufs Klo gehen. Okay. Jawoll. Der scheiß Alpharaptor hat jetzt auch noch meinen Ich schwörs euch. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie man die blöden Viecher tamen soll. Okay, das heißt, ich brauche jetzt erstmal einen neuen Pteraton. Da drüben, der, das dürfte Freedom sein. Da weiß ich, dass ich zugucke. Alter, hab ich dieses Viecher hasse, ey. Moment, hab ich nicht... Ah, nee, hab ich noch nicht gebastelt. Beziehungsweise hab ich alle Entranquilizer... Ja, okay. So. Heißt, mit anderen Worten, zum nächsten Mal muss ich... Unbedingt... Ähm. Ähm, Moment, Parasaurus, Gemisch... Ja, okay, Gemmedium. So, was bist du? So, du bist eins von den Viechern. Ja, okay. Das ist so uninteressant. Ähm. Wobei, die können sammeln. Das weiß ich. So. Ihr könnt sammeln. Zack. Ab mit dir. So. Behavior. Äh. Behaviour. Die sind praktisch, äh, um halt hier die ganzen... Das sieht cool aus. Die ganzen, ähm, Früchte abzuernten. Weil die machen das, äh, von sich aus. Hallöchen. Ich brauche so viele Unterstützer, wie nur irgendwie möglich. Okay. Ich hasse die scheiß Viecher. Was war das jetzt? Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Gibt's ne Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Gibt's, gibt es ne Möglichkeit, äh, gegen benommen, äh, immun zu werden? Oder zumindest resistenter? Dass ich irgendwie nur eine Sekunde lang beno... Äh, ausgenockt bin? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ja, man kann sich da auch nicht irgendwie hochleveln gegen. Man hat halt einfach die Arschkarte dann. Hier. Da unten geht's nicht. Ich brauche einen Flieger. Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich, äh, brauche. Das ist ein Female. Oder auch noch Low Level. Also, vollkommen uninteressant für mich. So. Oh, Moment. Ist hier? Ja. Nexplorer Note drin. Okay. Und das... Ich weiß immer noch nicht, was mir die Dinger bringen. So. Da ist die andere. Praktisch ist, dass man immer sieht, dass, äh, dass noch ein anderes Viech dann in der Nähe ist. Oh. Ne, 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 ne. Oh. Hi. Ihr passt mir gut. So. Okay. Ich muss echt mal gucken, dass ich... wenn ich wieder nach oben komme. Zum Glück, muss man sagen, ist in dem Wald da drum. Obwohl, die respawnen ja auch. Ah, mal komm' um. So. Ich müsste hier noch einen haben. da. So. Guten Tag. Ja, alle da draußen. Flieger! Flieger! Komm her! So. Fliegi! Nein! Verdammt. Vor allem das Schlimme ist ja, die Vieh müssen nur einmal treffen, dann, dann, äh, penne ich danach erst mal. Und ich weiß nicht, wie ich die tähnen kann. Ob man die tähnen kann. Und wenn ja, äh, wie? Weil ich hab's versucht mit dranlaufen, ich hab's, äh, und Fleisch hinten drin, und ich hab's mit umknocken versucht. Beides funktioniert nicht. Also, weiß ich leider nicht, was ich sonst noch machen soll. Flieger, hast du einen Sattel? Nee, hast du nicht. Behaviour Enable. Obwohl, obwohl im Moment, wenn du kein, äh, wenn du keinen Sattel hast, bist du für mich erst mal unnütz. So, ja, ist halt so. Also, dann, dann brauch ich ihn nicht. Okay. Was bist du? Du bist auch, einfach nur, Teradon ohne Sattel. Na, verdammt. Ja, 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 ja. Könnte mir gerade mal jemand helfen? Stirb! Stirb! What the shit? Okay, das, die hauen mich jetzt mal ganz hart weg. stirb! Stirb! Einfach! Der Letzte! Ach, Huuffdrrrrhrrhrrhrhrrhrhrhrhrhrhrhrhr Ne, ist ja wie ich's mache. Jetzt, ne. Ich brauch ja dann trotzdem einen von oben weg. Mach die Karte da jetzt weg. So... Ja, komm, scheiß drauf. Respawn at bed. Leute, wenn es euch gefallen hat, liken Sie, was wir uns auf jeden Fall freuen. Nächstes Mal... Ja, keine Ahnung. Ich werde mir jetzt erstmal einen Satz mit Minecraften müssen und allen Scheiß hier raussuchen. Dann schauen wir mal, was wir dann machen. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, liken Sie, was wir uns auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei... Okay, das verstehe ich nicht. Okay, ich muss mir das mit Virtual-Laser nochmal durchlesen. Definitiv. Und bis dahin, Outza rein. Ciao, ciao.